Hallo Leute, ich und Familie Schlaut zusammen zwei richtig schöne Tage und die habe ich für euch jetzt einmal zusammengefasst. Wir haben übrigens auch in einer Podcast-Folge darüber geredet, die könnt ihr euch auch gerne einmal anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie geht's dir? Perfekt. Viel Bremsung. Viel Bremsung. Viel Bremsung. Viel Bremsung. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Echt schönes Wetter, muss ich schon sagen. Ja, sehr schönes Wetter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.